Hallo YouTube! Schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Töhrchen, in unserem Fall Tütchen Nummer 3. Ja, wir haben ja gestern nicht so viel gemacht. Ja, was heißt nicht so viel. Wir haben einiges gemacht. Wir haben hier oben den drauf gesetzt. Wir haben das Silberne und das Schwarze hier vorne. Ja, da habe ich wirklich lange gebraucht, um das da reinzukriegen. Deswegen ist die Folge halt auch so lang geworden. So, aber heute gibt es Teil 3 und Teil 3 heißt, wir müssen wieder was einbauen. Oh Mann, das wird ja was. Und bald bin wir 11. So, wir machen jetzt mal da unten die Kamera wieder an, damit ihr das auch alles seht. So, hier ist es, das jute Stück von einem Porsche Diesel 108. Und der Luca geht jetzt das dritte Tütchen holen. Ich weiß, ja, du weißt wo. Ja, du weißt wo, dann los. Open. Dann hau mal hin. Ja. Erstmal vielen Dank an die ganzen fleißigen Gucker hier, die den Adventskalender 2021 gucken. Freut mich sehr. Und, ach, da ist er schon. Da ging aber wirklich fix. Du hast doch geflunkert, oder hast du geübt heute schon? Ja, schon. Hast du schon geübt, ne? Ja. So, stell dich mal hier hin in die Ecke. Oh, 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 oh. In der Ecke. Ja. Warum in der Ecke? Ja. Warum in der Ecke? Damit ich dir nicht über die Füße roll. Und du keine Plattfüße hast gleich. So, Tütchen Nummer 3. Nimm mal den Schlepper hier so ein bisschen weg. Da ist er. Und morgen die Nummer 4. Ja, morgen die Nummer 4. Richtig. Und morgen habe ich Schule. Nein, morgen hast du keine Schule. Doch. Nein. Morgen ist Samstag. Da hast du keine Schule. Äh, morgen habe ich... Das ist morgen keine Schule. Doch. Morgen ist Samstag. Heute ist Freitag. Und schließlich ist der 3. Dezember Freitag. Aber... Und der 4. Dezember ist Samstag. Aber dort... So, aber ich habe morgen... Meine Lieben. Da geht es weiter mit. Mit dem Teilchen hier. Mit der 3. Wir machen es mal auf. Oh Mann. Das ist... Da sind nicht viele Teile drin. Hm. Wir schauen mal. Ja. Ob wir das hinkriegen hier. Eine Seite also wieder. Ja, aber auch so kleine, ne? Ja, aber so eine Dose auch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken... Und dann hol mal hier mein... Deine Sande. Super. Der hier. Na, lass die mal da liegen. Ruhig auf der Seite. Und dann einmal bitte den Arm runter, weil sonst sieht der Papa nichts. Beim Tütchen auch mal. Den Arm kannst du oben lassen. Der ist wurscht. Der geht ja unter deinem Arm hier durch. Oh. Mein Hase. So. So. Aber Mama, seht dich so wieder. Tote knutet. Ja. Das ist ja immer ein Akt. Erst klebt sie die Häuser zu. Jetzt mal knutet sie richtig fest dazu, damit man die Tüte bloooos nicht wieder aufkriegt. Nee. Mama, du musst mal nicht so fest aufmachen. Wäsche. Ein... Ja. Eine Seite machen. Knoten. Knoten. So. Mein Hase. So. Mann. Meine Lieben. Machen wir weiter, wa? Ja. Okay. Ich sehe hier schon wieder so ein, zwei, drei, vier, fünf Teile. So. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Ich hab keine Ahnung. So. Also, wir haben hier... Aufpassen. Einmal... Moment. Das schwarze Teilchen hier. Können wir schieben das nach da. So. Na, da. So. Dann haben wir hier noch ein schwarzes Teilchen. Ich hab keine Ahnung, wo das alles hin soll. Und dann haben wir noch... Hier. Ein silbernes. Da bin ich auch gleich mal gespannt, wo das hinkommt. Ah, das kommt... Ah, okay. Gut. So. Wir müssen zwei Sachen jetzt machen. Einmal abschneiden. Ja. Einmal da und einmal da. Kannst du das hin? Natürlich. So. So. Jawohl. Eins. Super. Lass meinen Finger dran. Zwei. Super. Wieder weglegen. Ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Wir fangen, glaube ich, am besten mit dem größten an. Und das ist hier dieses Kästchen. Ich würde sagen, das ist die Batterie. Das kommt da hin. Ja. 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 So rum. Das kommt da hin. Ja. So. Ihr seht, da ist das Kästchen jetzt. Da ist die Batterie. Die haben wir jetzt drauf geklemmt. Und ich hab ein neues Spiel. Auf mein... So. Ähm. Jetzt... Machen wir... Ich glaube, ich würde sagen, wir machen den kleinen schwarzen drauf, oder? Nee. Den silbernen? Ja. Aber die kommen beide nebeneinander. Ist doch egal, welchen wir jetzt machen. Fieber? Ich will den. Den silbernen? Ja. Den silbernen? Ja. Ja. Wer ist jetzt? Ey, du musst da nicht machen. Ja. So. Mua! Mua! Ich muss sagen, Luki. Mhm. Das macht wirklich Spaß mit dir. Warum? Ja, das hier zusammen zu machen. Du machst das alleine. Ja, aber ich finde schön, dass du mir hilfst. Ja, mit der Sahne. Ja. Ja, und... Wer holt den Sack immer? Das... Nein. Das Tütchen. Das Tütchen. Das Tütchen. Äh... Wer... tut... das unten... aber das da... Was hast du für... Nichts? Nichts? Nö. Okay. Also irgendwie krieg ich den nicht drauf. Was soll denn das? Ah, jetzt. Was? Man muss nur meckern. Dann funktioniert's auch. Hey, willst du doch mal meckern? Nein. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Drückt den Button Abonnieren und aktiviert die Glocke. Glocke, genau. So sieht es aus. Und jetzt verrate ich den Leuten zum Schluss noch, was du, du, gestern zum Papa gesagt hast. Und zwar hat er gestern gesagt, husch husch, steig auf deinem Besen und hinfort. Tschüss. Schöne, daja! Ciao!